Hallo ihr Lieben, auch wenn man es vielleicht nicht glauben kann, ich habe manchmal eine gewisse Tendenz zur krassen Untertreibung und möglicherweise ist mir gerade aufgefallen, ist das eben auch bei der Sache der Fall, über die ich hier ständig rede, nämlich über die Einführung einer Losdemokratie. Denn ich glaube eigentlich reden wir da, wenn wir über die verfassungsmäßige Einführung einer Losdemokratie reden, über die wirklich größtmögliche Veränderung, die für den Menschen überhaupt möglich ist und über nichts Geringeres als eben diese größtmögliche Veränderung. Es ist nur schwer für mich, vielleicht auch gerade spezifisch für mich, vielleicht auch gar nicht im Allgemeinen, diese Dimension irgendwie zu würdigen angemessen, denn es geht also um nichts weniger als darum, dass wir alle ein zusätzliches Leben dazu gewinnen. Also, dass wir zu dem Leben, das wir führen, ein zweites Leben hinzubekommen. Und wir sagen manchmal so, eine Katze hat sieben Leben, so möchte ich behaupten, das Minimum für den Menschen müssen zwei Leben sein und solange wir nicht da sind, dass jeder Mensch Minimum zwei Leben hat, haben wir alle ein riesiges, riesiges, riesiges Problem. Wir können es auch so verstehen, wie ich es hier schon mehrfach skizziert habe, nämlich als eine Art Backup, ein sehr entspannendes Backup, dass man eben nicht nur sein Privatleben oder eigentlich müssten wir sogar sagen, seine Privatleben hat, denn ich denke im Privaten haben wir auch mehr als ein Leben. Aber eben alle diese Privatleben, so wunderbar sie sind und in sich, wie soll man sagen, auf eine gewisse Weise auch vollkommen sie sind, sind doch gleichzeitig auch defizitär, denn das Private kann eben bestimmte Dinge nicht leisten, die nur vom Politischen geleistet werden können und die wir auch nur im Politischen erleben und erfahren können. Und insofern wird durch das politische Leben unsere Existenz um eine wirklich entscheidende Dimension reicher, die uns derzeit wirklich schmerzhaft fehlt. Also wir haben ein, ja, wir haben alle ein riesiges Loch im Herzen sozusagen und dieses Loch kann nur gefüllt werden durch eine gemeinsame politische Praxis, an der alle teilnehmen. Und jetzt kommt es zu einer Sache, die vielleicht total kontraintuitiv ist für heute, aber der Witz ist auch, also ich gehe ja davon aus, dass wir auch, wenn wir das realisieren, weiterhin Berufspolitiker brauchen. Aus bestimmten Gründen, die ich jetzt in diesem Video nicht erläutern werde. Also sozusagen die allgemeine Laisierung der Politik, ja, also dass wir verstehen, dass Politik von Laien gemacht werden muss und nicht von Profis gemacht werden darf, heißt nicht, dass wir nicht gewählte Berufspolitiker weiterhin nicht brauchen würden, paradoxerweise. Also sie braucht es weiterhin, es kommt zu einer Art Funktionswandel, tendenziell sehr kurz nur angetippt, nur angedeutet. Es ist eine reine Exekutivfunktion, eine reine ausführende Funktion, die aber wichtig ist, dass sie von gewählten Menschen und nicht anders wie besetzten Menschen ausgefüllt wird, die also eben dann auch diesem ganzen Beamtenapparat vorstehen und ihn für uns kontrollieren. Aber der Witz ist jetzt, diese Menschen, also Berufspolitiker, führen ihr politisches Leben auch nicht als Berufspolitiker, sondern in ihrer Rolle als Bürgerin und Bürger, also als Politei oder Polites. Und das heißt, der Beruf des Berufspolitikers ist auch nur einfach ein weiterer Beruf neben anderen, ist kein besonderer Beruf. Und genauso wenig, wie irgendeiner unserer sonstigen Berufe uns in die politische Sphäre irgendwie katapultieren würde, könnte und uns politisch machen könnte, Also genauso wenig kann es der Beruf des Berufspolitikers. Also Berufspolitiker haben auch Minimum zwei Leben und nur, weil sie zufällig jetzt eben den Beruf des Berufspolitikers ergriffen haben und eben der Allgemeinheit zu dienen versuchen, was ihnen dann im Zustand der allgemeinen Politisierung erstmals möglich wird. Derzeit ist es ja in meinen Begriffen nicht möglich. Also die Leute, die immer behaupten, dem Gemeinwohl dienen zu wollen, ignorieren einfach, dass sie das im derzeitigen Systemzustand ja gar nicht können. Also derzeit können sie ja nur Klientelpolitik machen, können nur dem Privaten dienen, weil das Politische gar nicht existiert. Also diese Menschen haben ihr politisches Leben auch als Bürger und nicht in der Rolle des Berufspolitikers. Und also ich weiß nicht, ob ich das hier klar machen kann, aber es ist eigentlich eine sehr, sehr klare und eine extrem entlastende Gesellschaftstheorie, um die es hier geht. Also es gibt halt zwei getrennte Sphären. Es gibt die Sphäre des Politischen und es gibt die Sphäre des Privaten. Derzeit existiert nur die Sphäre des Privaten. Das ist unser Problem, dass die politische Sphäre eben gar nicht existiert, die wir aber dringend brauchen. A, um einen Haufen Probleme zu lösen, die wir alle im Privaten nicht lösen können. Und B, aber um sozusagen wirklich die menschliche Existenz, um eine wichtige, wichtige Dimension zu bereichern, die derzeit schmerzlich fehlt. Unser Leben ist unvollständig sozusagen, weil wir kein politisches Leben haben, auch Berufspolitiker nicht, weil Politiker als Beruf einfach nur ein weiterer Beruf neben anderen ist und nichts Besonderes ist. Also die politische Sphäre kann kategorisch nicht durch Berufspolitik begründet und aufrechterhalten werden, sondern nur durch allgemeine Tätigkeit. Also eben eine Tätigkeit, die von allen wahrgenommen wird und dadurch kommt überhaupt das Politische erst zustande, dem dann Berufspolitiker dienen können, wenn es besteht. Derzeit besteht es aber noch nicht. Deswegen sind eben auch Berufspolitiker permanent darauf zurückgeworfen, eben nur Klientelinteressen dienen zu können. Also nur Partikularinteressen, bestimmten Gruppen und nicht der Allgemeinheit. Und das heißt, wir haben wirklich ein vollständig anderes Leben. Und das wieder Paradoxe daran ist, das ist eigentlich doch etwas, was für etwas von dieser Größenordnung wirklich minimalinvasiv zustande kommt. Das heißt, dafür, wie groß die Veränderung ist, die dadurch bewirkt wird, ist der Aufwand relativ klein. Eigentlich ist es schon ein großer Aufwand, aber relativ zu der Veränderung, die dadurch entsteht in unser aller Leben und wie sehr sich auch dadurch die Gesellschaft verändert, ist es eine wirklich krass kleine Veränderung. Also wirklich, ich kann mich nur wiederholen immer wieder. Wenn man so sucht nach einer Veränderungsform auf der Ebene Gesellschaft von kleine Ursache, große Wirkung, also klassischer Hebel oder das klassische ökonomische Prinzip. Also im Grunde ist kleine Ursache, große Wirkung immer das, was man in der Ökonomie sucht. Man hat begrenzte Ressourcen, man hat begrenzte Menge von irgendwas und möchte diese begrenzte Menge jetzt mit maximalem Effekt einsetzen. Das ist das ökonomische Prinzip schlechthin. Dann ist eigentlich genau das Politische, genau das, bezogen auf Gesellschaft. Also der Aufwand ist, ja, also je nachdem, wie man ihn betrachtet, sehr groß, aber relativ zur Wirkung ist er extrem klein. Es ist ein minimalinvasiver Eingriff in die Gesellschaft, der aber die Gesellschaft wirklich als Ganze komplett transformiert, der auch unser aller Leben komplett transformiert. Wir sind danach nicht mehr die gleichen, wir führen auch nicht mehr das gleiche Leben. Die Gesellschaft ist nicht mehr die gleiche, es ist eine wirklich Totaltransformation. Kommt aber dadurch zustande, dass wir nicht alles ändern, paradoxerweise. Es ändert sich alles, ohne dass wir alles ändern. Ich kann es nicht besser sagen. Und ja, also ich kann mir nicht helfen, ich glaube, wenigen Leuten ist das klar, was da möglich ist. Also wie weit wir unter unseren Möglichkeiten bleiben. Es ist eben nicht so, dass wir nur ein paar wenige Potenziale nicht realisieren oder so. Es ist so, dass wir eigentlich fast das Wichtigste nicht realisieren. Unser Leben ist schwer defizitär der Zeit. Es fehlt das Wichtigste. Und das ist aber paradoxerweise eben auch erst dann realisiert, also wird uns erst dann bewusst, wenn es da ist. Also sozusagen, wenn wir das Politische realisieren, wird uns klar sein, was uns die ganze Zeit gefehlt hat, aber eben im Nachhinein, ex post. Und solange es nicht da ist, kann man sehr schwer begreifen, dass es das Politische ist, was fehlt. Ja, es ist schwer, über dieses Thema überhaupt zu reden. Ja, es ist so, es ist was sehr Reales. Also wenn man denkt, ich rede hier von total idealistisch, von einer Utopie, das ist nicht der Fall. Ich rede ja sozusagen von dem Leben, das wir eigentlich alle führen müssten, schon längst. Was sie aber nicht führen, weswegen sich so vieles auch falsch anfühlt für uns. Das hat, also am ehesten könnte man sagen, hat das fast eine religiöse Dimension. Aber es ist eigentlich nichts Religiöses. Es ist sowas sehr irdisches, handfestes. Es ist aber trotzdem eine Art von Transzendenz. Denn was wir transzendieren, ist die Sphäre des Privaten. Ja. Und es gibt so frühere Texte von mir, wo die auch jetzt, wie soll man sagen, nicht rein aus, ich habe mir die ausgedacht, fußen, sondern eben auf Schilderungen, historischen Schilderungen, die das aber sehr nahe legen. Zu sagen, es gibt da auch eine gewisse Konkurrenz tatsächlich zwischen dem Politischen und dem Religiösen. Also wenn das Politische wirklich das Politische ist, konkurriert es insofern mit dem Religiösen, als es als sehr viel affektive Energie aus dem Religiösen abzieht und die religiöse Sphäre deswegen sehr entspannt. Ich würde ja sagen, die religiöse Sphäre überhaupt befähigt wiederum die Rolle einzunehmen, die die richtige für sie ist. Das heißt, wir werden weiterhin Religion haben und wir werden weiterhin religiöse Praktiken haben, aber endlich werden sie am richtigen Platz sein. Weil sie nicht aufgrund des Mankos, das wir derzeit haben, aufgrund des Fehlens des Politischen, das wir derzeit haben, Funktionen zu übernehmen versuchen, die das Religiöse nicht übernehmen kann, weil es dafür nicht geeignet ist. Also wir haben die ganze Zeit, weil das Politische fehlt und weil wir es so dringend brauchen, die Situation, dass viele andere Formen, Praktiken, Sozialformen und so weiter, Funktionen des Politischen zu übernehmen versuchen, ohne dass sie das leisten können. Also es ist sozusagen, der Bedarf des Politischen diffundiert in andere Bereiche, aber dort ist er schlecht aufgehoben. Und indem das Politische aber anfängt zu existieren, werden diese Dinge, die dort nie hingehört haben, daraus wieder abgezogen. Und dadurch werden aber die Dinge sozusagen, die derzeit verdorben sind, unverdorben. Also sie werden entdorben. Mir fällt kein blöderes Wort ein. Also kurz gesagt, Religion wird sich zum ersten Mal gut anfühlen, so richtig. Und wird diese ganzen Probleme, die wir derzeit auch mit dem Religiösen haben, nicht mehr haben. Das heißt, auch die Religion wird befreit, wenn sie nicht aus Versehen fälschlicherweise Funktionen des Politischen übernehmen muss, weil das Politische nicht existiert. Da gibt es auch, also auf der Ebene gibt es dann eigentlich keine Konkurrenz. Sondern es ist mehr so, die Dinge kommen in Ordnung. Also das Politische zu realisieren heißt eigentlich, die Welt, die Gesellschaft, die Menschheit in Ordnung zu bringen, ohne wahnsinnig viel abzuschaffen oder zu verändern, paradoxerweise. Es ändert sich, wie gesagt, es ändert sich alles, obwohl sich eigentlich nur sehr wenig ändert. Nämlich das, was sich ändert, ist, dass das Politische fängt an zu existieren, weil wir es eben praktizieren und weil wir eben nicht aufhören dürfen, auch damit es zu praktizieren. Besser kriege ich es jetzt nicht hin, es ist schon spät. Aber es war mir wichtig, nochmal vielleicht so anzudeuten, dass ich hier auf diesem Kanal nicht über eine kleine Veränderung rede, sondern wirklich über die größtmögliche Veränderung der Gesellschaft, die überhaupt denkbar ist. Viel größer als alles, was die Neuzeit sich bislang so ausgedacht hat. Also sozusagen, und erschließen kann sich das Ganze eigentlich erst rückwirkend. Wenn das politisch da ist, werden wir besser verstehen, was uns die ganze Zeit gefehlt hat. Ja, ja, furchtbar. Dies ist ein furchtbares Video aus meiner Sicht. Ich kann auch das nicht gut erklären, warum es ein furchtbares Video ist. Ich lasse es jetzt dabei. Ich verbleibe wie immer mit Ceterum Zensio. Isonomia am Esse Sortiendam. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Politi, die Demokratie gelost werden muss. Das ist ein furchtbares Video aus meiner Sicht. Das ist ein furchtbares Video aus meiner Sicht. Untertitelung des Liesse feas adults. Jedoch Inc. Süheです W 14 und 2-3-5askund-2. Im Übrigen dwelling eines Teors sind Ab cheapest «De我在 Auto» Im Frproduction des Liesse BEt slightieg наша freight others。 Vielen Dank.